Herzlich Willkommen bei SIX. Nichts ist so beständig wie der Wandel in unserem Leben. Dieses Zitat trifft in diesen Tagen genau auf unser Unternehmen zu. Denn nun ist es offiziell. Aus Paylife wird SIX. Wir freuen uns unter unserem neuen Namen und unserer neuen Marke, SIX Payment Services, das Know-how eines internationalen Finanzdienstleisters mit der langjährigen Erfahrung und der Kundennähe des österreichischen Marktführers zusammenzubringen. Was bedeutet dies nun für Sie und Ihr Unternehmen? Zuerst das Wichtigste. Die vertraglichen Beziehungen bleiben selbstverständlich unverändert bestehen. Wir sind und bleiben Ihr zuverlässiger Partner rund um den bargeldlosen Zahlungsverkehr. Auch mit unserem neuen Namen bringen wir Leben in Ihre Karte und Ihre Kasse. Versprochen. Die Service- und Produkte-Marke Paylife bleibt bestehen und wird Ihnen auch tagtäglich in Ihrem Leben begegnen. Nämlich in Form unserer Prepaid- und Kreditkarten. Für was stehen wir als SIX? Wir bieten unseren Partnern in vielen Ländern seit knapp 40 Jahren sichere und zuverlässige Lösungen an, rund um das bargeldlose Bezahlen. Mit dem grossen Bewusstsein für Qualität ist es uns gelungen, viele erfolgreiche Partnerschaften aufzubauen, welche wir in Zukunft mit innovativen Lösungen tagtäglich begleiten möchten. Für uns ist es nun an der Zeit, ein neues, spannendes Kapitel aufzuschlagen. Bitte begleiten Sie uns. Und vielen Dank, dass Sie uns auch in Zukunft Ihr Vertrauen schenken.